Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich war heute schon den ganzen Tag arbeiten und möchte es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, dieses noch für euch aufzunehmen. Seid mir also nicht böse, dass es heute etwas später kommt. Ich möchte aber vorher noch ein kleines Wort an euch richten. Und zwar geht es wirklich um SSO und YouTube allgemein. Ich habe auf einem anderen Kanal etwas gesehen, was mich ein bisschen ärgert. Und das ärgert mich auch generell, weil ich das auch auf einem anderen Kanal vorher wiederum schon mitgekriegt habe. Es gibt mittlerweile YouTube-Kanäle, die SSO gar nicht mehr zeigen wollen. Aus gutem Grund. Und es gibt halt eben auch Kanäle, die das noch zeigen, weil sie bisher noch Spaß daran hatten. Aber dieser Spaß wird einem ganz schön verhagelt. Und zwar ging es dort darum, dass also eine Frage gestellt worden ist. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und zwar geht es um das Thema, welche Pferde brauche ich im Spiel? Und das muss wohl irgendwann mal eine englischsprachige YouTuberin auch schon in der ähnlichen Art aufgenommen haben. Und da wurde sich dann darüber aufgeregt, dass halt eben das Video genauso wäre und wieso man das jetzt so eins zu eins übernehmen würde. Und das wäre ja wohl ein Unding. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese englischsprachige YouTuberin hinterher mal besucht, also auf ihrer Seite. Und auf ihrem Kanal, Seite ist auch gut. Und habe dieses Video, dieses Besagte, nicht gefunden auf Anhieb. Es muss also schon Ewigkeiten her sein, dass es dieses Video gegeben hat oder es ist mir nicht gleich aufgefallen. Fakt ist, so wie ich das Video mache, ist es natürlich ein bisschen anders, als das andere machen. Manche streamen das Ganze. Die Möglichkeit habe ich nicht. Andere wiederum gehen gleich ins Spiel und zeigen euch die Neuigkeiten. Ich mache das so, dass ich immer die News erstmal euch zeige und dann halt eben ins Spiel gehe. Weil ich das für mich persönlich so entschieden habe und das gut finde. Mag sein, dass es noch einige andere auch so machen, dass es noch tausende YouTuber gibt, die das auch so führen wie ich. Das heißt noch lange nicht, dass es eins zu eins dasselbe Video ist. Weil jeder bringt so ein bisschen sein Herzblut und sein Ding da mit rein. Und da finde ich es einfach unfair, egal welcher YouTuber es nun ist, egal ob man YouTuber mag oder nicht. Kritik ist immer in Ordnung, wenn sie sachlich und ordentlich geführt ist. Aber zu sagen, ich finde dein Video scheiße, weil du nachmachst. Sorry, aber ganz ehrlich, die Community fragt doch danach. Es ist doch nichts anderes, als dass man eine Frage beantwortet. Eine Frage, die, weiß ich nicht, hunderttausend Male gestellt wurde in den Streams. Da ging es immer wieder ab. Ja, soll ich mir dies oder das Pferd kaufen? Welches ist besser? Was brauche ich im Spiel? Sorry, dass ich das jetzt so ein bisschen überspitzt und so ein bisschen lächerlich sage. Aber es ist wirklich so. Und da geht dann jemand hin und macht sich die Mühe, ein Video daraus zu machen. Und der Community zu sagen, okay, diese vier Pferde, die brauchst du im Spiel. Ob das wirklich für einen selber so ist, das kann man ja dann immer noch entscheiden. Ich persönlich empfinde zum Beispiel, dass man nicht unbedingt alle Pferde braucht. Aber muss halt jeder selber wissen. Andere sagen, ich möchte alle Pferde haben, dann ist das auch in Ordnung. So what? Ja, ganz ehrlich. Und das mal wirklich vorab, weil ganz ehrlich, das gibt mir zu denken, ob ich da noch Bock drauf habe. Ja, oder ob ich jetzt auch schon Angst haben muss, dass irgendwer hingeht und versucht herauszufinden, ob ich ein Video so ähnlich mache wie YouTuber XY aus England oder sonst wo. Ja, ganz ehrlich, das Spiel Star Stable Online ist das Spiel, was wirklich auf YouTube fast durchgängig zu sehen ist. Ein Spiel, was so häufig da ist, dass sich da Videos ähneln oder fast gleich sind. Sowas von normal und so, das kann man nicht so vermeiden. Ja, ich bitte euch da wirklich drum. Sagt mir auch mal ganz ehrlich eure Meinung dazu. Es ist langsam wirklich schon schwierig, Star Stable Online Videos zu machen. Ich weiß, ihr mögt sie und dass sie auch bei mir recht gut eigentlich noch geguckt werden. Neben Horse Reality, neben anderen Pferdespielen. Aber schaut ihr sie noch gerne? Schaut ihr sie auch bei mir gerne? Oder sagt ihr, boah, es ist so viel, reicht eigentlich, wenn du andere Spiele spielst, lass SSO sein? Ich meine, ich mache das eigentlich recht gern. Ne, wisst ihr, ich bin eine ehrliche Haut und das merkt ihr ja auch. Ne, indem ich euch auch meine Meinung dazu sage. Ich nehme gerne diese Videos auf, wenn ich weiß, okay, da steht ihr auch ein bisschen hinter und ihr mögt das auch. Ich muss es aber nicht machen. Versteht mich da nicht falsch. Es ist ein Hobby von mir und ich möchte nicht verglichen werden. Ich weiß, dass ihr das nicht macht. Ihr seid eine tolle Community und das traue ich euch auch nicht zu. Ich möchte es halt einfach nur mal gesagt haben, weil das jetzt so aktuell so aufkommt, dass immer verglichen wird mit anderen. Ich möchte mich auch nicht mit anderen vergleichen lassen. Ja, ich bin einfach Dani und ich möchte nicht mit einem Zap-Kanal verglichen werden oder Kaddi oder Nick Raul oder wer auch immer SSO macht. Das sind tolle Kanäle. Ich muss mich nicht mit ihnen vergleichen und will ich auch gar nicht. Ja, und andersrum wollen die sich auch nicht mit mir vergleichen. Jeder macht sein Ding so, wie er möchte und wie er das für richtig hält. Ja, und so ist es auch gut so. So, das haben wir jetzt mal rausgelassen. So, alle Wut so, puh, einmal raus. Ja, muss man aber auch mal so ernste Themen ansprechen, weil, ja, damit das mal so ein bisschen klar wird. YouTube ist voll mit SSO. So, ich mache es einfach nur, weil ich da Bock drauf habe. Fertig. So, jetzt kommen wir zu den SSO-News. So, es wird Zeit, den Midsommar zu feiern. So, da haben wir es doch. Ja, es ist jährliche Midsommarfeier. Die Jorvik Rangers reisen nach Moorland, um mit den Vorbereitungen anzufangen. Und sie sind für jede Hilfe ausgesprochen dankbar. Die Midsommarfeierlichkeiten laufen bis zum 24. Juli. Das ist also sehr, sehr lange. Auch nicht Star Rider können daran teilnehmen, was natürlich schön ist. Dass da niemand ausgeschlossen wird? Alle können dabei sein. Feiere mit uns den Midsommar. Das Eventgelände direkt bei der Farm des alten Jasper in Moorland sieht dieses Jahr besser aus als jemals zuvor. Das kommt den Jorvik Rangers gerade recht, da sie unsere traditionellen Midsommarfeierlichkeiten planen. Die Ranger Marisol, Stanislav, Dylan und Ashley brauchen deine Hilfe, damit die Party rechtzeitig startet. Woran kannst du in diesem Jahr teilnehmen? Stanislav, der Jorvik Ranger braucht deine Hilfe, um die Midsommerstange aufzustellen, damit du wie ein Frosch, ja wie ein Frosch, zu einigen klassischen Midsommar-Liedern tanzen kannst. Okay, creepy, aber okay. Werden wir dann sehen. Spiele zusammen mit deinen Freunden zu unserer coolen Midsommermusik. Geh mit einem der Musikinstrumente auf die Bühne. Zeig den Menschen auf der ganzen Welt, dass die nächste Nummer eins des Eurovision Gesangswettbewerbs vor ihnen stehen könnte. Okay, da gibt's ja dann diese Bühne, aber das will ich nicht spoilern. Egal. Ashley von den Jorvik Rangers sucht nach etwas Hilfe, um das Midsommarfeuer zu entfachen. Sie braucht deine Unterstützung, damit alles sicher abläuft. Kommen wir zum Essen. Hier ist Dylan, der Jorvik Ranger, genau der richtige Ansprechpartner. Er braucht deine Hilfe. Seine Lieferungen müssen eingesammelt werden. Und du und dein starkes Pferd können ihm sicher dabei helfen. Entspanne dich deinen Freunden bei einer Pause. Mit deinen Freunden soll das wahrscheinlich heißen. Das ist wieder super tolles SSO-Deutsch. Aber egal. Mach ein Picknick an den Tischen oder bei den Picknickdecken. Und warum kommst du nicht zu den Tribünen, um deine Freunde auf der Bühne zu sehen? Unterhalte dich mit allen Teilnehmern, um mehr darüber zu erfahren, was sie von dem Event halten. Es sind viele lustige Leute anwesend, mit denen du abhängen kannst. Und es gibt noch viel mehr. Lies weiter, dann erfährst du es. Ja, ja, ist ja gut, machen wir ja schon. Neues Aussehen für den Midsommershop. Im wunderschönen Midsommershop findest du süße Gegenstände von vergangenen Feiern, die ihr natürlich wieder mit den Stars, Starcoins kaufen könnt, die ihr ja vorher von dem Doppel-Star-Coins-Wochenende euch gekauft habt. Ja, das ist wieder so klar wie immer. Der Angelteich und die Station zur Kranzherstellung kehren dieses Jahr während des Festivals ein wenig später zurück. Also das wird wahrscheinlich noch dauern, wird in den nächsten Wochen kommen. In liebevoller Erinnerung, während die Bewahrer Aydins die Soul-Riderin Anne von Blissen aus Pandoria retten, erlitten die sie einen schweren Verlust. Es wird Zeit, das Andenken an eine geliebte Freundin zu ehren. Eigentlich. Okay, also ich muss da mal so ein paar Wörter mit reinbauen. Daher ziehen die Verbündeten der Druiden zu Dolce Abbey, um ihren Respekt zu zollen. Und Lisa Petersen hat für diesen besonderen Anlass ein wunderschönes Lied komponiert. Aber zuerst einmal suche bitte Evergrey am Soul-Rider-Campingplatz in Epona auf. Okay. Das haben wir noch nicht, also ich noch nicht. Das kann ich euch nicht zeigen. Aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere von euch schon viel, viel weiter ist im Spiel und das auf jeden Fall kann. Ein neues Outfit von Farrah. Ihr wisst, was ich denke? Starcoins ausgeben. Die reisende Druidin Farrah ist wieder in Jorvik. Sie hat ihr Lager wie immer neben dem Haus von Elizabeth Sunbeam in Valedale aufgeschlagen und verkauft ihre bekannte und zaubernde Druiden-Ausrüstung. Zu ihren neuesten Gegenständen gehören ein wunderschönes Outfit in bläulich-violett für dich und dein Pferd. Sie bleibt nur eine Woche hier, also besuch sie, solange du kannst. Einfach, wenn ihr es unbedingt braucht, ja, wenn nicht, dann lasst es. Das ist wieder SSO-typisch, aber egal. Das Texas Bluebell Fell verlässt uns bald. Das besondere nordschwedische Kaltblutfell mit dem Namen Texas Bluebell aus der Star Stable Horses App ist nur bis zum 1. Juli verfügbar. Du solltest dein Fohlen vor diesem Stichtag zu Star Stable Online übertragen, wenn du das Pferd behalten willst. Das ist auch schon wieder so ein Stress, den SSO einem macht, ne? Natürlich sehen die süß aus, aber es ist ein nordschwedisches Kaltblut. Es kann nicht wirklich viel, ja? Es ist weder jumpy-tauglich in dem Sinne, dass ihr wirklich was reißen könnt damit, noch ist es sonst irgendwie besonders, ja? Also, wenn ihr das wirklich wollt, weil es euch von den Farben her gefällt, ja, dann macht das. Aber es lohnt sich sonst nicht. Da wieder so einen Stress vom Spiel zu bekommen, finde ich dann auch wieder nicht so in Ordnung. Aber gut, kann man davon denken, was man will. Der Pferdemarkt hat diese Woche geschlossen. Nächste Woche verfügbar. Midsommar ist ein ganz besonderes Fest und die Gerüchte darüber werden weit über das Nebelfallgebirge hinaus zu Gary Goldzahn getragen. Gary ist schon in Morland angekommen, aber offensichtlich haben sich die Freunde, die er mitbringen wollte, ein wenig verspätet. Okay. Wir wünschen dir eine unglaublich tolle Woche. Viele liebe Umarmungen vom Star Stable Team. Aha. Fazit von mir. Midsommar fest. Immer eine schöne Sache, aber natürlich auch viel Arbeit, die dahinter ist. Ich weiß nicht, ob ich alles schaffen werde an Aufgaben. Ich werde mal schauen, was ich überhaupt aufnehmen werde. Morgen nehme ich euch dann den Teil auf, wo ich dann, wenn ich das schaffe, wo ich in SSO dann euch zeige, was gibt es neu, was muss man da an Aufgaben machen. Vielleicht splitte ich das auch auf in mehrere Teile und zeige euch das dann halt in kürzeren Videos. Dieser Teil ist eh schon lang genug, weil ich am Anfang so ein bisschen geschimpft habe. Muss auch mal sein. Man muss auch mal seine Meinung sagen dürfen. Das dürft ihr auch unten in den Kommentaren. Meine Stimme hört auf. Hab viel geredet heute. Sorry, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss. 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 Tschüss.